Oh Gott, was ist denn das für eine Map? Na, Town! Ach, die Map ist das! Bring meinen MG-Schützen erstmal... ... zu dir dahin. Fuck, hab ich's gar nicht wirklich spielen soll. Kannst mir auch einen Willis bringen, wenn du willst. Na, Mensch, geh dahinter, Mann, das ist auch Deckung. So ein Stück Scheiße. Hier, Rinder. Kann ich auch einen Willis holen schon? Ja, 30. Wollst du einen? Dann bring ich eine PTR. Ne, ich bring eine PTR. Bring du einen Willis. Oh, hier kommen Double. Kübelwagen und Dings. Böse. Ja, jetzt müssen wir gleich durchrushen in die Mitte. Gnix-Beracken-Händnis ist nur eine. Total Hohl-Sinn. Weil das hat einen 2-2-3. 2-2-3 und einen Kübelwagen. Total Fail-Start von denen, find ich. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Hast du eine PTR? Brauchst du eine? In der Mitte? Nöö, ich fliege so hin. Hab ich die Mitte? Gut. Total Fail-Start von denen, also... Ja, Herr. Geh! Rann hier, rann hier, rann hier. Ja, Herr. Geh! Oh, hey! Oh, hey! Lass uns den Feuer geben! Du hast es, Herr. Geh! 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 In der Mitte! Du hast es, Herr. Geh! Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ich brauchst die Dramat. Ich bin hier. Ich hab sie, Herr. Was ist das, Herr? Ich hab sie. Wann, Rann hier ist es? Hör, mein Kinn! Ich hab sie aber auch. Ich hab sie nicht so gut... Ich hab sie nicht so gut. Entschuldigung! Geh sie auf! Wir sind so gut! Ich hab sie. Ich hab sie nicht sehr gut gemacht. Ich hab sie eing советs mit links verloren. Das war sie nicht so gut! Du hast sie nicht? Falsch landen! Falsch landen! Wegen Tetrarch Deine Mitte fährt noch irgendwas Na, ist ein 2-3-3 Er wirft eine Granate Oh, da leckt die schon wieder so, ich weiß nicht Schiss, ey Kommt nach hinten gefahren, oh man ey Grafikeinstellungen wurden zurückgestellt 1 AFK Was? 1 AFK? Also draußen ist keiner Oh Gott, da kommt eine J Oh, das leckt Oh leil Das war fail Okay, tatsächlich Müssen wir re-host machen, wa? Ja, wieso der ist doch bestimmt in der Mitte Sie spielen in der Mitte 2? Ja, ich spiel in der Mitte 2 Keine Verarsche, was der da sagt Bloß weil er jetzt den Sack kriegt oder was Oh, lauf doch, lauf doch, lauf doch Oh, lauf doch, lauf doch Die Granate Nein, nicht vorne lang Niiiis Hm Hm Oh Gott, schade Flak 38 da oben drauf, oder? Schieeees, Olo! Keine Ahnung, oder? Da oben ist eine Flak 38 Da oben ist eine Flak 38 Oh Mann ey, ich hab keine Befehle gegeben Wo hab ich denn eine P-Hat? Oh, ich hab sogar abgeschossen meine P-Hat, wo ist sie denn? Ich hab die gar nicht gesehen, die gar nicht mehr Das hier Oh man, ich hab schon Bock auf das Spiel, ne? Weil da alles so laggig ist Oh Mann Oh Mann Wie bringt der denn mir ein Daim, ne? Niiiih, lauf! Oh Mann, der doch gar nicht zerfetzt von der Flak 39 Oh lol, ist der dumm Chastle Oh, das sind Flak 39 Ich hab die Die reparieren ihn da Äh, wo ist er denn? Ja, wo er hat die Flak 38 da oben so war Ja Da kommen ein paar Kommandos hier in die Mitte Da links ist er safe Ich hab auch schon Kommandos, ich bringe erstmal was Infanterie nach links Oh Gott, die haben Panzerschreck Wo sind die Bauern? Ja Oh, der Panzerschreck, Mann Hab ich doch gesagt, Mann Alter, dieses 2-2-3 ist ja mal richtig nervig Ich hab dich nervig Hilf doch! Oh, hey! Go! Shoot on my signal! Hooray! Hooray! Let's give them fire! Oh Gott! Ich komm noch nicht down Wo ist die Piat hier? Im gelachen Piat Oh, ich seh nicht mehr Oh, ich seh nicht mehr Ja, Sir! Go! Oh Boah Boah Da steht ja in der Ausführung H Ok Okay. Bin liegen! Bin liegen! Oh, ist das Läggie! Ey, das sag ich dir. Geht gar nicht. Kannst du überhaupt nicht spielen. Aber jetzt versuchen sie hier die Datei wieder einzunehmen. Jawoll, die hat gesessen. German. Oh, hier, da, komm. PTR, hau die Puma weg. PTR, wo ist er denn? Ich bin jetzt hier links, ne, also muss man die Mitte übernehmen. Jetzt schieß. Oh, lasst doch, verlierst mal ein Sherman, ey. Total sinnvoll. Oh, das ist so längst, ne, gar nicht. Was macht der hier links? Oder links ist er hier so in seinem eigenen Punkt, ey. Oh! Oh! Okay, ich halte... ...drei Punkte. Na, ich greife jetzt hier den... ...der Neutral ist jetzt an. Kann ich die Ausführung haben? ...meine Side Shuttle oder sowas? Ja, Sir! Mh, da ist eine drin. Mh, das Gebäude ist weggesprengt. Okay. Hallo, schießt auch. ...Mh, da ist eine Deadline-F saludable. Oh. Hm. Ey, mein, die Fresse, Alter. Ich bin ja so längig hier, das geht einfach nicht so im Spiel, aber hast du sowas, ey. Oh, ich den Duck. Oh, fuck. Die halten immer noch mehr Punkte, ne? Ja. Oh, ey, den Link ist nicht richtig schlecht. Hauptgeschützten Turm down. Shit, shit. Hält schon drauf gerade. Fuck, ey. Entmannt. Er ist down. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Infanterie, ich bringe manchmal Abweg für die Mitte. Brauchst du mal Inkupanzer-Unterstützung? Äh, ne, ich hab's. Oh, der Kett ist ja nicht mehr getrackt. Oh, Mann, ist er schlecht hier links, ey. Oh, zieh es mal rein, Alter. Er lässt seine ganze Infanterie da auf einen Fleck hoppen. Da hinten kommt noch eine Ausführung, H, ne? Kannst sehen. Ja, ich komm zu dir jetzt noch rechts, ne, weil ich komm. Komm mal Infanterie hier. Warte mal, ich bringe mal Sturm-Infanterie. Oh, ich hoffe, ich kann... Ja, danach. Let's kill them fire. Willst du die, die diese Sturm-Infanterie! ?